Willkommen, meine Sturmtruppler. Beim Live Let's Play A Way Out und ich spreche aus mit Fähchen. Hey. Ja, machen wir weiter in der Story. Ich werde mich da jetzt mal rein, dass wir da vorankommen. Das lädt immer ganz kurz und dann können wir halt auf die Sache drücken. So, ja, ist schön, dass du das machst. So, somit haben wir das Fähchen eingeladen. Fähchen, wie ist denn die Umfrage gewesen? Da hatte man nicht wirklich diesmal Aussagen dazu, ne? Nein, gar nicht. Hast du die Inladung? Ich hab's ja schon angenommen und startet. Mhm, okay. Ich muss kurz noch ein Fähchen warten. Ich muss kurz noch ein Fähchen. Ich muss kurz noch ein Fähchen. Fähchen ist der Gruppe beigedreht hin. So, da ist es schon. Dann gehen wir mal rein. Ihr wisst, wie immer, Live Let's Play. Wir gehen nicht auf den Chat in. Wir lesen den Chat, aber wir gehen nicht drauf in. Wir gehen wieder in unsere typische Rolle. Fähchen ist Vince. Ich bin Leo. Los geht's! Komm, dann gib mir die Waffe, damit wir ne gleich wieder ne Meute an Leuten hinter uns haben. An Polizisten. Willst du dann jetzt die Waffe doch selber behalten? Gas Station? Du denkst, sie werden genug Geld haben? Die besser haben. Ich gehe nicht nach Harvey mit nur einem Handgun. Ja, naja. Ich glaube, es gibt nur eine Art, um es zu finden. Okay, dann. Du bereit? Ja. Warum nicht du mir die Waffe bekommst? Was meinst du? Schau, wir müssen einen hohen Profil halten. Das ist nicht wirklich dein Ding. Ich sage, wir machen das den besten Weg, Mann. Ich sage, wir machen das den einfachen Weg. Let's not make a scene. Also, ich glaube nicht, dass dein Charakter so tough genug ist, um, ja, so, Waffe gibt Geld her. Ich glaube, mein Charakter ist doch eher der Typ dafür. Du wurdest wegen Raub verhaftet, ich wegen Mord. Ein gutes Argument. Sure. Whatever, Mann. Ja. Na ja, du bist ja auf der Kamera, nicht ich? Dann kriegst du halt noch mehr drauf gedonnert als ich. Dann ja sowieso schon mehr. Ich leg mal deine Typ da ab. Hey. Hey. What are you up to? What does it look like, Mann? I need gas. Let me give you some advice. Oh, yeah? What's that? For your own sake. Take a hike. What do you mean, Mann? No, thanks. You can thank me later. Let's just say it's for your own good. Whoa. Hey. Don't sneak up on me like that. Sorry. Okay. Yeah. Okay. Okay. I'll go. Are you alright? Yeah, yeah, well. Why are you asking? You see my bit on edge. I'll leave you alone. Okay. Thanks. I miss you. I miss you. It's been too long. I miss you. I miss you. Nice. Hey, you okay? Sure. Why are you asking? Cause you looked a little freaked out. I missed my phone. Yeah. Just leave me alone. I can't do anything else. Hey, man. How are you doing? I'm good. It's just that everything costs an arm and a leg in here. You know, I think there's a grocery store down the street. A lot cheaper. Oh, really? There is? Yeah, yeah, yeah. It's about a 10 minute walk from here. You just followed the road down that way. Oh, that's great. Thanks for the trip. Haha, set the way in. Hahaha. Okay, I got the next one out here, but the one guy is still there. Okay. Then I'll try again. I'll try again. Okay. Okay. Okay, then we'll start the match. Bleib du mal da hinten. No, 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 no. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe mal, ich bin da noch nicht alles abgelaufen. Hast du rauskontrolliert, dass jetzt da keiner gelaufen kommt? Ja, bei mir ist jetzt nur noch... Ich kann was bei ihr machen. Ja, das ist der Raube war frei. Ja, das ist der Raube war frei. Ja, das ist der Raube war frei. Nein. Ich schaue nach oben. Geh mal, schaue nach oben. Warum schaust du mich an? Es sieht aus, als ob du einen schlechten Tag gehabt hast. Wenn du hier seit 10 Jahren gearbeitet hast, dann wirst du wissen, dass jeder Tag ein schlechter Tag ist. Ich höre. Geh hinter zu dem anderen Typen. Mir kommt das seltsam vor. Kann ich dir helfen? Okay. Hey, Ma'am. Ich will nicht diesen Raube benutzen. Also bitte öffn das Registrar für mich. Du wastest deinem Zeit. Es ist kaum Geld drin. Lass mich der Judge dafür sein. Öffn es bitte. Hier, schau. pero hier nicht mehr. Hier nicht mehr liegt. Es ist kein Problem. Also die Schwerpunkte. Hier ist ein Schwerpunkt und ich habe dich vergeben. Und ich werde dich sicher. Nein, ich werde dich nach oben aufgeben. Ich werde mich nicht überwachen. Hier ist ein Schwerpunkt drin. Hier ist kein Schwerpunkt drin. Wir würden deine Schwerpunkt drin sein. kann ich mir den Schwerpunkt drin. Ja, das ist mir sicher. Also das Wort nicht ernst. Ich werde dich auf diesem Schwerpunkt Oktober. Das ist mir wichtig, meine Schwerpunkt drin. Ich werde dir noch dafür. Ich werde mich… Leo! Geh über hier! Lass ihn gehen! Bist du okay? Ja. Die Frau? Ja. Sie können hier kommen. Gib mir die Scheiße! Also das eine Telefon ist manipuliert schon. Das ist draußen. Bleib da! Wir brauchen einen Couch. Ich will vielleicht noch ziehen. Gib mir die Kombination! Gib mir die fucking Kombination! Ich habe es nicht! Mach mich etwas, das ich mich verletzen werde. Gib mir die Kombination! Okay. 137. 137! Danke! Wie schön Leo das nochmal wiederholt. Das steht da auf. Langweilig. Oh, super! Du hast der Alarm ausgelöst. Ich habe das Geld. Los geht's! Los geht's! Wow! Du oder ich? Warum ich wieder? Ich kann das nicht! Okay, wenn es jetzt so läuft, dann kann ich's. Okay. 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 Wir haben die Geräte. Du glaubst das jemandem? Ich bin. Ich bin. Hör auf, Vincent. Das ist nicht gut für dein Herz. Mein Herz ist einfach gut. Ich will nur wissen, was wir mit uns beschäftigen. Ich will nur wissen, was wir mit uns beschäftigen. Entfernen Sie, Herr Paranoid. Ich glaubst du sie, okay? Außerdem hat sie mir eine. Jetzt gehen wir die Geräte. Wenn du so sagen. Du musst mich relaxieren. Okay. Ja, ja. War komisch, oder? Hm. Ui. Ja, grafisch hat das Spiel hier schon was zu bieten. Das ist die Gäste. Ich weiß nicht, in welchem Zeitalter. Jasmin. Leo! Du bist gut? Ich bin gut. Wer ist dieser Mann? Ich hab auch keine Ahnung. Aber sie ist komisch. Ich hab dir gesagt, ich mache nichts mit Strangern. Und dieser Mann? Er sieht wie ein Stranger zu mir. Hast du ein Problem mit mir? Ja, ich hab ein Problem mit dir. Hast du ein Problem mit mir? Willst du es regeln oder soll ich es selber regeln? Ich glaube, die knallt dich ab. Das ist super. Langweilig. Ich bin hier in keinem Zeitpunkt. Okay? Okay, Jasmin? Gibt's jetzt richtige Waffen? Wie der Name ausgesprochen wird und in deutsch wär's einfach Jasmin. Jasmin. Ich will's erst aussuchen. Darf ich mich jetzt aussuchen? Hm. Nein. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Und wenn's wer ist, was er in der Hand hat. Und wenn's wer ist, was er in der Hand hat. Ja. Schieß mal die Flasche ab. Ja. Schieß mal die Flasche ab. Das machst du Arne. Ich bin halt jetzt am überlegen, was haben wir denn sonst noch für Waffen da drin. Oder ich glaub, die ist cooler. Ich glaub, die ist cooler. Will ich mich verarsche? Ich wusste nicht, was du schießen könnt. Jetzt, du weißt. Schön, Sasmin. Danke. Ich guck, wo die Flasche hinfliegt. Ich muss dich nachladen. Mann, du Sasmin. Hör auf, Leo. Respekt. So, und jetzt? Äh, bist du mit deiner Waffe zufrieden oder willst du eine andere ausprobieren? Also, ich will die behalten. Ich find die gut. Ist da auch Schrotze drin? Ja, ich glaub. Dann hast du wieder die. Ja, okay. Ich wollt eigentlich die... ...hör auf. Ja. Du kannst doch austesten. Ach komm, wir lassen das einfach so. Du fahrst. Are you ready to go? Give me a minute. I wanna make sure I have the right weapon. Also, ich werde auf jeden Fall. Ich find die Waffe cool. Ja, die raste echt noch wunderbar. So in die Ab. War die jetzt schon geracht, wo wir gekommen sind? Hm. Ich weiß es gar nicht. Wow, Fählchen. Ich hab' da keine Acht drauf gehabt. Sehr seltsam. Ich dachte, weil sie holt das Telefon raus und informiert ihm irgendjemand drüber. Oder sie fahrt irgendwo hier, wo das Telefon ist. Ja stimmt, von der Zeit her haben die noch gar keine Handys gehabt. Das ist wohl doch nicht so vertrauensvoll, die Lady. Hm. Und sie dachte, sie kann uns nur trauen? Dabei kann man wohl ihr nicht trauen. Hey, it's me. I got some information about Leo. Okay, you know where he is? I just met him. Give me his location. Sure, but it's gonna cost you. Don't worry about that. Just tell me where he is. Wer ist das? Good job. Talk to you later. Ja doch, nö. Nee, oder? Das ist einer von den Lakaien. Das ist doch in einem Haus, wo die zwei Scheifs waren. Arvey! Arvey! What's up? I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Schöner Hütte. Die hätte ich gern. Oh, die Frau von Vincent. Dann fahren wir jetzt zu deiner. Wohl doch nicht. Baby kommt. My name is Carol Moretti. I'm pregnant. And I think I'm going into labor. And I'm all alone. Hey, can you stop by that phone booth over there? Kinder kommen nicht immer an Tag, an dem es rausgerechnet wurde. Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. Kino? Der Film, der läuft, heißt Die Ruhe vor dem Strom. Yep. I'll look around. Make sure to get us that plane. Der Hockt inner. Jesus, man. You're a mess. What do you want, man? Just leave me alone. Ich glaube, ich kann hier nur telefonieren. Wieso fertig? Ich habe jetzt auch Geld produziert. Ich hab jetzt. Wieso klingt? Ich brauche nichts hier. Aber ich sah, dass du mit ihr flirtatest. Ich habe nicht. Schade, Mann. Warte, Mann. Warte, Mann. Warte, Mann. Wir sprechen hier. Ja, ich verstehe, Mann. Wie deine Freundin hier hier hat, als du mit einer anderen Frau flirtatest. At least jemand versteht mich. Okay, okay. Schau, ich bin sorry. Ich bin nicht derjenige, du solltest dich entschuldigen. Okay, all right, ich bin sorry. Du sagst es so, wie du es sagst. Ich bin wirklich, wirklich sorry. Ich glaube nicht. Hier sind Ratten. Voll ekelhaft. Du brauchst Kleingeld. Wo bringen wir das her? Oh, wollte ich. Hier, hier versucht wer einzubrechen. Hey, was hast du für ein Packer Smokes hier? Es ist ein schönes Nacht, oder? Gleiches wie überall. Es ist 36 Cent. Das ist nicht so, wie es aussieht. 36 Cent für ein löser Packer Smokes? Ja. Weil es nicht. Ja. Ja. Der Preis ist 36 Cent für die letzten 2 Jahre. Ja. 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 Wie bricht er hinten ein? Na, ich bin gut. Guck mal, ob du mit der auch reden kannst. Ist ja cool. Kann man jetzt Kino gehen? Ja. 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 Ja.